Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Wir geben jetzt hier ein Foto vom heutigen Tag hinein und die beiden Tageszeitungen vom heutigen Tag. Herr Staatsminister, darf ich Sie bitten, die Kapsel zu verschließen? Wunderbar. Bitte gleich hineinlegen. Also ich glaube, die Herrschaften wären qualifiziert, das ganze Kraftwerk zu bauen, nicht nur einen Grundstein. Da ist eine Genauigkeit am Werk sagenhaft. Das Werk ist vollbracht. Die Herrschaften dürfen gerne ihre Maurerkellen hier in den Druck geben.